Hallo zusammen, heute rechnen wir gemeinsam die Abschlussprüfung 2024 für Realschule Bayern, Gruppe 2, Aufgabe A, Taschenrechner freie Teil. Aufgabe A 1.0. Im folgenden Koordinatensystem ist die Parabel P gezeichnet. Aufgabe A 1.1. Geben Sie die Gleichung der Parabel P in der Schaltpunktsform an. Nehmen Sie der Zeichnung die dazu erforderlichen Informationen. Zuerst die Schaltpunktsform schaut wie folgt aus. y ist gleich A mal in Klammern x minus xs in Klammern zu hoch 2 plus ys. xs und ys sind die x- und die y-Koordinaten des Scheitels. Den brauche ich zuerst. Der Scheitel ist hier der höchste Punkt in dem Fall und hat die x-Koordinate 4 und die y-Koordinate 5. Diese 4 setze ich hier ein, diese 5 setze ich hier ein. Als nächstes schaue ich mir A an, den Öffnungsfaktor. Ich erkenne, die Parabel ist nach unten geöffnet, daher ist A negativ, also minus A. Jetzt brauche ich noch A. Das geht ganz einfach. Vom Scheitel aus gehe ich einen Zentimeter nach rechts. Und jetzt schaue ich, wie viele Zentimeter gehe ich nach unten, um wieder auf die Parabel zu kommen. 1, 2, 3. Daher ist A minus 3. Das hier ist die Scheitepunktform dieser Parabel. Abgabe A1.2. Geben Sie die Gleichung einer Geraden an, die keinen gemeinsamen Punkt mit der Parabel P hat. Eine mögliche Gerade könnte so ausschauen. Sie schneidet diese Parabel ja niemals. Bei der Gerade ist immer die Gleichung y ist gleich m mal x plus t. m ist die Steigung und t ist der y-Achsenabschnitt. Also wurde gerade die y-Achse schneidet. Hier in diesem Punkt, in Punkt 5, also ist mein t 5. Jetzt brauche ich noch die Steigung. Diese Gerade hat folgende Steigung. Von t aus gehe ich jetzt 1, 2 nach rechts und 1 nach oben. Dann komme ich wieder auf die Gerade. 2 nach rechts, 1 nach oben ist 1 halb. Das wäre eine mögliche Geradengleichung. Aufgabe A2.0 Die Raude ABCD mit dem Diagonalenschnittpunkt M ist die Grundfläche der Pyramide ABCDS. Das Schrägbild zeigt diese Pyramide mit ihrer Höhe MS. Das gilt AC ist 8 cm, das ist diese Strecke hier. BD ist 12 cm, das ist diese hier. MS ist 7 cm, das ist diese hier. In der Zeichnung gilt Q ist gleich 1 halb und Omega ist 45 Grad. Das heißt, Strecke, die nach hinten verlaufen, werden zur Hälfte nur gezeichnet und unter einem Winkel von 45 Grad. AC liegt auf der Schrägbildachse. Das hier. Aufgabe A2.1 Es entstehen neue Pyramiden ABCNDSN mit den Höhen MSN und den Grundflächen ABCND, wenn man die Strecke AC über C hinaus um 2x cm verlängert und gleichzeitig die Strecke MS von S aus um x cm verkürzt. Zeichnen Sie für x gleich 2 die Pyramide ABC1DS1 in das Schrägbild zu A2.01. Das bedeutet, wir müssen über C hinaus jetzt um 2 mal x verlängern und x ist 2, also 2 mal 2 macht 4 cm. Hier um 4 cm verlängern, dann erhalten wir hier C1. Und von S aus um x cm verkürzen, x ist hier 2, also von S aus um 2 cm verkürzen, dann ist hier S1. Und jetzt kann ich hier die neue Pyramide einzeichnen. Schaut wie folgt aus. Aufgabe A2.2 Für das Volumen V der Pyramiden ABCNDSN in Abhängigkeit von x gilt, das Volumen von x ist dieser Ausdruck hier. Bei welchem der folgenden Terme wurde V von x richtig umgeformt? Rotzen Sie diesen Term an. Zuerst stellen wir uns das nochmal raus und berechnen erstmal den ersten Teil. Hier rechne ich Zähler mal Zähler mal diese Zahl und Nenner mal Nenner. 1 mal 1 mal 12 ist 12 im Zähler und 3 mal 2 ist 6 im Nenner. Den Rest übernehme ich einfach. 12 Sechstel ist jetzt 12 geteilt durch 6 ergibt 2. Und jetzt muss ich nur noch hier ausmultiplizieren und das Ergebnis in Klammern schreiben. 2 mal 8 ist 16, 2 mal 2x sind 4x, ganz wichtig in Klammern. Und die hintere Klammer übernehmen. Wenn ich jetzt vergleiche, dann ist das hier der richtige Term. Aufgabe A3. Aumac bietet 10 gleich große Christbaumkugeln in einer zylinderförmigen Verpackung an. Vermitteln Sie das ungefähre Volumen der Verpackung in Wirklichkeit. Setzen Sie die dafür benötigten Größen anhand des Bildes ab. Zuerst, ich brauche das Volumen des Zylinders. Das ist folgende Formel. Pi mal Radius zum Quadrat mal die Höhe. Jetzt sehe ich, 3 Finger sind so groß wie eine Kugel. 3 Finger zusammen sind ungefähr 6 cm, also 2 cm pro Finger. Das heißt, eine Kugel passt hier rein. Der Durchmesser ist also so viel wie eine Kugel, also 6 cm. Der Radius der Verpackung ist dann die Hälfte davon, also 3 cm. Und jetzt komme ich zur Höhe. Es sind 10 Kugeln übereinander. Jede Kugel hat 6 cm. Dann ist die Höhe der Verpackung 10 mal 6 cm, also 60 cm. Jetzt setze ich ein, für den Radius 3 cm, für die Höhe 60 cm. Und da ich hier ohne Taschenrechner rechne, ist Pi in etwa 3. Und jetzt kann ich rechnen, 3 zum Quadrat ist 9 und 3 mal 9 ist 27. Da bei Pi ein bisschen mehr als 3 ist, ist das ungefähr 30. 30 mal 60 ergibt insgesamt ca. 1800 Kubikzentimeter. Aufgabe A4. Wie geben es das Dreieck ABC? Es gilt, AB ist 5 cm lang, BC 13 cm und AC 12 cm. Zeigen Sie rechnerisch, dass das Dreieck ABC rechtwinklig ist. Geben Sie an, bei welchem Eckpunkt der rechte Winkel liegt. Also rechtwinkliges Dreieck, dann brauchen wir den Satz des Pythagels. Da ist wichtig zu wissen, dass die Hypotenuse die längste Seite im rechtwinkligen Dreieck ist. Das heißt, die beiden kürzeren Seiten müssen im Quadrat die längere Seite im Quadrat ergeben. In unserem Fall also, 5 cm² plus 12 cm² sollte 13 cm² ergeben. Das müssen wir jetzt kontrollieren. 5 cm² sind 25 cm², 12 cm² sind 144 cm² und 13 cm² sind 169 cm². Die beiden zusammen ergeben auch 169 cm². Es ist also eine wahre Aussage, daher ist das Dreieck rechtwinklig. Jetzt mache ich mir noch eine Skizze. Die längste Seite war ja BC. Der längsten Seite liegt immer der rechte Winkel gegenüber, also ist der rechte Winkel beim Punkt A. Damit ist das Dreieck ABC rechtwinklig beim Punkt A. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.